Hallo, in diesem Film geht es um zwei wichtige Themen, Kolonialismus und Klimagerechtigkeit. Ich erkläre diese Themen in leichter Sprache. Was ist Kolonialismus? Vor über 500 Jahren sind weiße Menschen aus Europa in die ganze Welt gefahren. Sie sind mit Schiffen nach Afrika, Asien, Australien und Amerika gefahren. Dort haben sie andere Menschen getroffen. Die Menschen aus Europa haben diesen Menschen ihr Land gestohlen. Sie haben Metalle und Kohle aus der Erde geholt. Das haben sie nach Europa gebracht und sie haben Essen für sich genommen. Die Menschen aus Europa haben andere Menschen zu Sklaven gemacht. Das bedeutet, sie haben sie in andere Länder gebracht. Dort mussten sie arbeiten. Dafür haben sie kein Geld bekommen und sie haben nur wenig Essen bekommen. All das haben die Menschen aus Europa mit Gewalt gemacht. Sie hatten die Macht über Menschen in vielen Teilen auf der Welt. Die Menschen aus Europa haben gesagt, alle sollen so leben wie wir. Das ist gut. Alle anderen Arten zu leben ist schlecht. Das bedeutet Kolonialismus. Die Menschen aus Afrika, Asien, Australien und Amerika haben gesagt, wir finden das schlecht. Wir wollen leben, wie wir wollen. Wir wollen selbst bestimmen. So wollen wir leben. Sie haben gekämpft und ihr Land beschützt. Das nennt man in schwerer Sprache wieder stammt. Heute ist der Kolonialismus vorbei. Aber viele Menschen haben immer noch Nachteile, weil sie früher von Europa beherrscht wurden. Oft leben sie in den südlichen Ländern der Erde. Sie leben zum Beispiel in Afrika, in Asien oder in Süd- und Mittelamerika. Deshalb sagen wir auch globaler Süden. Weiße Menschen haben Vorteile, weil sie früher andere Länder beherrscht haben. Oft leben diese Menschen in den nördlichen Ländern der Erde. Sie leben zum Beispiel in Europa, in Nordamerika oder in Australien. Deshalb sagen wir auch globaler Norden. Die Menschen im globalen Süden stellen viele Waren her. Die Waren sind für die Menschen im globalen Norden. Die Menschen im globalen Norden bezahlen aber nur sehr wenig Geld für die Waren. Deshalb bekommen die Menschen im globalen Süden nur sehr wenig Geld. Sie sind arm. Die Menschen im globalen Norden sind reich. Sie könnten mehr bezahlen für die Waren. Das tun sie aber nicht. Und das ist ungerecht. In den Ländern im globalen Süden ist die Umwelt sehr zerstört, weil die Menschen aus Europa früher nicht auf die Umwelt geachtet haben. Sie wollten möglichst viel Geld verdienen. Die Umwelt war ihnen egal. Heute wollen sie immer noch viel Geld haben. Die Umwelt ist ihnen immer noch egal. Deshalb gibt es sehr viel Schmutz und Gift, wenn in den Fabriken Sachen hergestellt werden. Am wichtigsten ist das Geld verdienen mit den Sachen aus den Fabriken. Das heißt Kapitalismus. Durch den Klimawandel hat sich das Wetter verändert. Es gibt oft schlimme Stürme. Oder es gibt eine Flut und viele Orte stehen unter Wasser. Das passiert oft in den südlichen Ländern der Erde. Es sind die Folgen vom Klimawandel. Die Menschen im globalen Süden haben wenig Geld. Bei schlechtem Wetter können sie sich nicht gut genug schützen. Oft verlieren sie bei Sturm oder Flut ihre Häuser. Diese Menschen verlieren ihr Zuhause. Oft haben sie auch Hunger, weil es kein Essen gibt. Für bessere Häuser haben die Menschen im globalen Süden kein Geld. Die Menschen im globalen Norden haben viel Geld. Sie können schnell ein neues Zuhause finden oder mehr Essen kaufen. Oft gibt es dort auch nicht schlechtes Wetter. Den Menschen im globalen Norden geht es viel besser. Aber die Menschen im globalen Norden verbreiten viel CO2, weil sie viel mit dem Auto fahren, viel mit dem Flugzeug fliegen, weil sie viele Sachen kaufen. Dadurch kommt viel mehr CO2 in die Luft. Und das verändert das Klima. Das haben wir auch in dem Film zum Klimawandel gelernt. Darin wird erklärt, die Menschen aus dem globalen Norden sind schuld am Klimawandel, weil sie so viel CO2 machen. Die Menschen aus dem globalen Süden machen nicht viel CO2, weil sie arm sind. Sie sind arm, weil sie von den Menschen aus dem globalen Norden ausgenutzt werden. Deshalb können sie nicht so oft mit dem Flugzeug fliegen. Deshalb können sie auch nicht so viele Sachen kaufen. Sie sind also nicht schuld am Klimawandel. Das bedeutet, die Menschen im globalen Norden sind schuld am Klimawandel. Die Menschen im globalen Süden sind nicht schuld am Klimawandel. Aber sie haben mehr Probleme durch den Klimawandel. Das ist ungerecht. Deshalb wollen wir Klimagerechtigkeit. Das bedeutet, wir wollen den Klimawandel stoppen. Wir wollen auch, es geht allen Menschen gut. Die Menschen in den nördlichen Ländern der Erde sollen lernen, wir Menschen im globalen Norden können viel von den Menschen aus dem globalen Süden lernen. Die Menschen im globalen Norden müssen dafür den Menschen im globalen Süden zuhören. Klimagerechtigkeit bedeutet, die Menschen im globalen Süden sollen nicht arm sein. Sie sollen weniger Probleme durch den Klimawandel haben. Dafür müssen die Menschen im globalen Norden weniger CO2 machen. Sie müssen viele Sachen ändern. Ich fasse zusammen. Früher hatten die Menschen aus Europa die Macht über viele Länder in Asien, Afrika, Australien und Amerika. Sie haben dort schlimme Dinge getan. Das nennt man Kolonialismus. Deshalb gibt es große Unterschiede zwischen den nördlichen und den südlichen Ländern der Erde. Die Menschen im globalen Norden sind schuld am Klimawandel. Die Menschen im globalen Süden haben durch den Klimawandel viel mehr Probleme. Das ist ungerecht. Deshalb wollen wir Klimagerechtigkeit. Wir wollen, es sollen allen Menschen, Tieren und Pflanzen gut gehen. Terant. Ken Le으면rez awhilese Niedrig Niedrig Vielen Dank.